Mein Name ist Jakob Schwimperli, ich bin Lernender bei der Schweizer Rückversicherung im Direktionsrestaurant und bin im 2020 Juniorservicemeister und Gastro-Stern geworden. Also, dass man meint, dass ich ein Talent sehe, das bedeutet mir sehr viel. Ich würde mich selber aber nicht als Talent beschreiben. Ich mache einfach den Beruf, den ich lerne, mache ich mega gerne. Und deswegen kommt es glaube ich auch so rüber, dass ich ihn sehr gut mache. Ich bin im zweiten Lehrjahr an die Servicemeisterschaft und das sind eigentlich die gleichen Vorbereitungen, wie wir jetzt im dritten Lehrjahr für ein Qualifikationsverfahren haben. Und dementsprechend lernst du, man lernt so oder so, nichts um sonst, aber genau auf das bezogen kann man sich perfekt auch auf QV vorbereiten. Ja, die Servicemeisterschaft an die IGO in Basel, das sind fünf Tage, die unbeschreiblich sind. Das erlebt man nur einmal so, plus nachher noch den Titel als Gastro-Stern 2020 gekürt werden. Das ist halt eine Wertschätzung, die man so nicht bekommt. Ja, ich sage, das Wichtigste in der Gastronomie sind Connections. Und sobald die Leute mal deinen Namen gesehen haben, sie haben mal gelesen, sie haben mal etwas von dir gehört, dann hast du schon sehr viele Pluspunkte für deine zukünftige Laufbahn und für Stellen, die du mal in Anspruch nehmen möchtest. Wenn jemand an einem Wettbewerb oder an einer Meisterschaft teilnehmen möchte, unterstützen sie den jungen Herr oder die jungen Dame so gut wie es geht, dass sie Freude am Beruf haben und ihnen diesen Beruf nicht verleiten und das auch so ausüben können. Das ist halt eine Leitbewerb. Vielen Dank.